Die Diesellok TGK2, die legendäre Kaduga, kommt in der Nenngröße TT als komplette Pico-Neukonstruktion in den Fachhandel. Zu Beginn der 1960er Jahre entwickelte die Maschinenfabrik Kaluga in Russland die zweiachsige Diesellokomotive TGK2 mit hydraulischer Kraftübertragung. Die robuste und bis zu maximal 60 kmh schnelle Maschine war hauptsächlich für den Einsatz bei Industriebahnen und als Rangierlokomotive bestimmt. Die Rangier- und Industrielokomotive wurde in verschiedenen Serien und Ausführungen zwischen 1960 und 2008 in einer Anzahl von über 9000 Exemplaren hergestellt und als Variante TGK2-E für den Export produziert. Hiervon wurden 184 Lokomotiven an Kombinate, VEBs sowie auch an die NVA in die ehemalige DDR geliefert. Das Vorbild der Dieselhydraulischen Rangierlokomotive TGK2 der Maschinenfabrik Kaluga war als Werklog Nummer 2 beim VEB Keramische Werke Sonneberg mit Revisionsdatum vom 10. März 1981 eingesetzt. Sie gibt den Betriebszustand ab 1981 wieder. Das Modell ist feinst detailliert. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Die in ihrer Formgebung hervorragend getroffene Pico TGK2 verfügt unter anderem über extra angesetzte Handstangen, exakt ausgeführte Geländer, Hupe, Sandkästen, Luftkessel und Aufstiege. Das Fahrgestell ist fein detailliert und originalgetreu wiedergegeben. Das Pico Modell der TGK2 ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Das Modell ist mit einer digitalen Schnittstelle NEXT 18 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Pico Smart Decoder 4.1 NEXT 18 abrufbar. Die Soundvariante ist bereits ab Werk mit einem passenden Pico Smart Decoder 4.1 NEXT 18 und einem Pufferspeicher für optimale Fahreigenschaften ohne Soundunterbrechungen ausgerüstet. Der verbaute Lautsprecher ist genau auf den Loktyp abgestimmt. Viele Loktypische Geräusche wie Motorengeräusch, Signalhörner, Bremsenquietschen und weitere schaltbare Funktionen sind digital einzeln abrufbar. Folgende digitale Lichtfunktionen können je nach Betriebsfahrt abgerufen werden. F0, Licht an, aus. F1, Schlusslicht hinten F2, Schlusslicht vorn F5, Licht, Führerstand Das robuste Modell hat einen Zinkdruckgussrahmen. Angetrieben wird die Lok von einem starken Spezialmotor. Das verleiht dem Fahrzeug exzellente Fahreigenschaften. Ein bei der digitalen Ausführung eingebauter Pufferkondensator sorgt für optimale Betriebssicherheit, zum Beispiel beim Befahren von Weichen. Das attraktive und exzellent nachgebildete Modell der TGK II unterstreicht die hohe Standardqualität von Pico-Neukonstruktionen und verspricht durch seine feine und betriebstaugliche Ausführung langanhaltenden Spielspaß. Die Pico-Lok kann ideal mit Pico-Güterwagen der Deutschen Reichsbahn eingesetzt werden und ist angesichts des fairen Preises als Rangier- und Industriemaschine sehr interessant. Das ist das, was wir mit der Art von Weichen. Untertitelung des ZDF, 2020